hi leute herzlich willkommen zur nächsten folge zu meinem let's play vom spiel ground control 2 ja die anstehende mission heißt sie gibt schutz und ich soll hier mich den general widersetzer und ja die alice vor den terranen retten und ich muss gestehen ich habe jetzt in der wie soll es ausdrücken in den letzten sechs stunden sage ich mal habe ich diese mission fünf oder sechs mal gespielt auf schwierigkeitsstufe schwierig denn es ist wirklich over hammer schwer ich habe ein paar einheiten ein paar soldaten und ein paar fahrzeuge die wo flammenwerfer an bord haben und er ist richtig schwierig und jetzt haben wir eine taktik zurechtgelegt um ja um die um die gegner zu besiegen beziehungsweise zurückzudrängen ohne dass ich viele einheiten verliere denn umso weniger einheiten habe ich habe umso weniger feinde kann ich bekämpfen also ich weiß ich werde überrollt von den gegnern und ja ich versuche es jetzt noch einmal wenn ich auf die uhr schaue ich leider kann ich hier keine uhr einblenden ich kann natürlich hier mit text editor noch mal irgendwas reinschreiben aber das klappt mir kein mensch aber ihr müsst euch einfach glauben jetzt ist es zwei uhr in der früh an einem werktag morgen muss ich noch mal arbeiten und ich versuche es jetzt das letzte mal und dann erst wieder am nächsten tag weil irgendwann ist mal schluss ich bin da was ist los sie halten doc mcneal in der strafanstalt mentax 5 gefangen das ding ist eine festung wollen sie das wirklich tun warhurst kann vielleicht damit leben an ratssitzungen teilzunehmen während die terraner alles foltern aber ich kann das nicht alles klar chef die jungs und ich begleiten sie überall hin ich habe eine gute stelle gefunden wo wir unangemeldet rein platzen können captain la croix hier ich weiß was sie und roe planen und ich will dabei sein lieutenant ich kann sie nicht auch noch da mit rein ziehen hören sie entweder bin ich dabei oder ich mache warhurst meldung ihre entscheidung ok la croix sorgen sie nördlich von der strafanstalt für eine lz falls wir eine alternative fluchtroute brauchen kein problem ist so gut wie besorgt roe la croix danke aber nicht vergessen nach ihrer kenntnis hat warhurst diese operation genehmigt klar also da mal los hier barracuda 1 fertig zum eindringen bringen wir die hunde in den zwinger verstanden barracuda 1 stehen bereit barracuda 3 an barracuda 1 fertig zur landung hier barracuda 4 warten auf ihr signal zu hören barracuda 5 übernimmt den hinterhaltgeist wären sie mich lieber bei den jungs als taxi zu fliegen missionen am boden sind wie die erden söhnchen die können andere leute machen ruhe leute wir sind fast da wir gehen am südöstlichen ende runter von da aus kann man zur haupthimmel warten die aufgabe ist einfach reingehen mcneel retten und nichts wie roster ok ich werde es diesmal ein bisschen anders angehen ja sir also ein bisschen anders als relativ denn ihr seht jetzt die folge zum ersten mal ich spiele jetzt zum siebten mal eins habe ich die ganze zeit übersehen ich muss zwar hier die alice retten indem ich hier die siegposition einnehme aber die verbündeten haben hier die verbündeten haben hier ähm ok wo ist die shit ist verlaufen die gibt es noch nicht ich suche irgendwo eine landeposition luftabwehr übernehmen okay ähm ähm der die 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 Ihr seid Squad, ah nicht, zwei, sondern drei, du bist vier, okay, drei, dann viermal vor, ihr seid Squad eins, Falltour, komm. Wer sich vor ein paar Soldaten aufhalten, ihr seid Squad, zwei, eins, zwei, drei, vier, jawohl, sehr gut, so, rücken wir mal vor, okay, noch kein Feind in Sicht, hier oben wird bestimmt jemand warten, Okay, Fußsoldaten voraus, ja, Sir, sofort, bestätigt, wird's versuchen, Sir. Ah, okay, hier ist schon einer unterwegs, aber hier müsste es auch eine Landeposition geben, sonst könnte ich hier die Option mit dem Landeschiff gar nicht auswählen, Landeschiff, merkwürdig, Hier ist eine Siegposition, hier oben müsste auch eine Landeposition sein, die werden jetzt wahrscheinlich noch nicht angezeigt, okay, Ich hab jetzt auch nicht so drauf geachtet in der letzten Folge, hier sind ein paar Läufe unterwegs, Kampfläufe, Da warte ich einfach mal ab, bis sie wieder zurückgehen, dann rück ich mal ein Stückchen vor. Aber das Landeschiff könnte ich aufrüsten mit Frachtraum oder Antrieb oder Treibstoff oder Waffen, äh, Ja, Frachtraum, so, jetzt werden die wahrscheinlich gleich zurücklaufen, denn ich glaub kaum, dass sie hier über, über den Fluss laufen, Ah, ich bin noch außerhalb der Reichweite, äh, der Sichtweite, da kann ich erst schon vorrücken, Sehr schön, ah, noch ein paar Läufe, okay, Nee, die bleiben hier, schau zu drüben aus, gibt's hier schon eine Landeposition, nee, gibt's leider nicht, Die stehen einfach nur hier rum, heh, die könnten ja was tun, hier oben ist auch ein bisschen Leben, Hm, gehen die jetzt weg oder gehen die nicht weg? Die sind ganz schön heftig. Ich versuche einfach, so wenige Einheiten, wenn möglich, zu verlieren. Ja, das muss ich einfach, denn sonst, ich weiß gar nicht mehr Sieg da in die Ecke schmeiße. He, der packt da rum, okay, ähm, die Kampfläufer hab ich gesehen, die sind sehr effektiv gegen meine Infanterie, deswegen will ich erstmal die Fahrzeuge vorausschicken, ob die da was richten können, ist halt die Frage. Genau, ich schick die Fahrzeuge voraus und die Infanterie hinterher. In Ordnung! Ja, Sir, sofort! Genau, der Mechaniker... Wird's versuchen, Sir! Jetzt hau uns ab! Feiglinge! Feuer, Feuer, Feuer! Unterstützung benötigt! Was sind kaputt? Jawohl, einer ist gleich kaputt. Wir halten ganz schön was aus, Infanterie vorrück mir. Ja, Sir! Ja, Sir, das surfen wir! Wird's versuchen, Sir! Gleich haben wir eine Siegposition. Der ist tost! Ja, Sir! Geht einer schon stark beschädigt? Fast einfach raus! In Ordnung! Der eine hat... Er kam mit irgendwo da hinten rum. Wir sitzen fest! Sie sind überall! Wir sitzen fest! Sehr schön! Das läuft! Okay, jetzt kommen nochmal ein paar Läufe! Äh... Bestätigt! Ja, Sir! Sofort! Was ist denn los? Wir haben eine Siegposition erobert! Wir liegen unter schwerem Beschuss! Weil wir fahren eigene Müsse! Wir liegen unter schwerem Beschuss! Okay... Nein, schieß... Nein, 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 nein... Wir verlieren eine Siegposition! Sofort! Komm, läuft der vor! Bescheuert! Ja, die KI... Auch von den eigenen Einheiten ist ein bisschen... Dumm! Ich tu mein Bestes! Äh... Ich laufe die wieder vor! Wir haben eine Siegposition erobert! Gibt's doch nicht! Darum laufe die mir vor! Ganz eindeutig... Äh... Wirst... Feuer halten... So! Ja, Sir! Sofort! Die sind nun schon ein bisschen dumm! Okay, die Fahrzeuge sind wieder... Topfit! Fußsoldaten habe ich alle noch... Sehr gut! So, der ist gleich wieder repariert! Jawohl! Was machen wir jetzt? Die Geistern hier oben rum! Ähm... Infanterie vorrücken! Ne, Infanterie hier am Wald drehen und hier am Wald drehen und Fahrzeuge voraus! Genau, der... Kampftechniker bleibt eher ein bisschen im Hintergrund! Wir sitzen fest! Wir sitzen fest! Ja, nee! Glaube ich nicht! Okay, ihr... Wir liegen unter schwerem Beschuss! Sie sind überall! Wir liegen unter schwerem Beschuss! Wir dürfen uns nicht kriegen! Wir sitzen fest! Ja, Sir! Sofort! Hier geht's aus dem Wald raus! Hier geht's auch raus! Das schaffen wir! Zur Hölle! Ja! Aber die bleiben einfach stehen! Nicht um mein Bestes! Hier geht's noch! In Ordnung! Sie sind überall! Feuer! 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 Okay, schaut gut aus! Ah! Ah! Ein Soldaten schon verloren! Okay, das könnt ihr nur verkraften! Versteht nicht! Versteht nicht! Da! Die kaputt machen! Hey Chef! Ich könnte wetten DMs greifen uns von anderen Leute in das Brückhaus an! Feuer! Feuer! Wir dürfen uns nicht kriegen! Wir liegen unter schwerem Beschuss! Shit! Was war das? Werden angegriffen! Artillerie? Ne, oder? Die dürfen uns nicht kriegen! Jetzt fahren sie dann einfach hinterher! Okay! Eins! Zwei! Jetzt haben wir schließlich hier hinten rein! Sie sind überall! Jawoll! Hier kommt's mit nach oben! Zur Hölle! Ja! Du stellst dich da zum... Kampftechniker hin! Okay! Jetzt haben wir hier schon mal... Kleines Gebiet erkundet! Beziehungsweise... Oh! Mit dem schaut's richtig schlecht aus! Okay! Du stellst dich mal da rüber zu denen! Was er schaffst! Versteht nicht! Zur Hölle! Ja! Okay! Kann ich jetzt hier Landepositionen? Schaut's hier aus! Gibt's immer noch keine! Hä? Schon ein bisschen merkwürdig! Wie sind die dann hergekommen? Oh ne Landeposition! Okay! Schaut's bei Soldaten aus! Oh je! Da stark beschädigt! Wo ist denn der? Ach der steht im Wald! Ja Sir! Sofort! Du! Ja Sir! Das haben wir! Ja Sir! Genau wir haben jetzt hier zweimal repariert! Genau wir sind gerade im Wald! Oh! Panzer! Wo steht der? Ach der steht auch ein bisschen außerhalb! Ja Sir! Ja Sir! Ich höre irgendwo! Ah das werden die Panzer sein! Okay! Wir sitzen fest! Die greifen jetzt direkt an! Ja Sir! Das schaffen wir! Wir sitzen fest! Unterstützung benötigt! Die dürfen uns nicht kriegen! Ja Sir! Das schaffen wir! Sie sind überall! Wir liegen unter schwerem Beschuss! Ja ich möchte nicht hinterher fahren! Zur Hölle! Ja! Versteht ihr? Wir verlieren eine Siegposition! Wir dürfen uns nicht kriegen! Ja Sir! Ja Sir! Sofort! Sie sind überall! Ich tue mein Bestes! Ah die können über das Wasser fahren! Hey! Geht's noch? Feuer! 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 Wir sitzen fest! Wir sitzen fest! Oh nein! Ja Sir! Sie sind überall! Sie fahren einfach übers Wasser! Klar! Würde ich auch machen! Wir sitzen fest! Oh nein! Dumm! Ja Sir! Sofort! Nicht hinterher laufen! Wir haben eine Siegposition erobert! Wir liegen unter schwerem Beschuss! Ja du Trottel! Ist ja klar wenn du da einfach davonläufst! Okay ihr helft sie mal! Das schaffen wir! Ja Sir! Sofort! Wir sind überall! Wir sind überall! Wir sind überall! Wir verlieren eine Siegposition! Ne tun wir nicht! Ja Sir! Jetzt kommen hier die Panzer bitte! Oh es sind nur noch drei! Wir haben eine Siegposition erobert! Schatz! Oh nein! 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 Okay! Was ist auch ein bisschen blöd wenn wir jetzt so wenig einhalten! Okay der ist gleich wieder repariert! Ja, die haben auch schon Schaden bekommen. Haltet er sich? Ne. Wir liegen unter schwerem Beschuss. Unterstützung benötigt. Wir sitzen fest. Wir verlieren eine Siegposition. Ne, tun wir nichts. Schütz. Hier wird auch eine Landezone, oder nicht? Wir haben eine Siegposition erobert. Okay. Ah, du musst einfach warten, bis meine Einheiten... Da sind wieder alle repariert, sehr schön. Ich hab drei von denen übrig. Hm. Okay, wir sagen Fußsoldaten einfach raus. Nur die Einser. Zwei lassen wir hier. Wir liegen unter schwerem Beschuss. Ja, Sir. Das schaffen wir. Wir sitzen fest. Ja, Sir. Wir dürfen uns nicht kriegen. Wir sitzen fest. Ja, Sir. Hübsche Explosion. Jawoll, geht doch. Das Einser wieder zurück. Ja, Sir. Komm, läuft er wieder voraus. Ja, Sir. Das ist ein Tod, wenn er so weitermacht. Okay, die... Was macht ihr? Bleibt hier unten stehen. Feigling. Ich kann jetzt einfach mit so wenig Einheiten... Beziehungsweise... Nicht so wenig... Ähm... Fahrzeuge. In Ordnung. Boah, super. Hey, der Schießtut. Mann. In Ordnung. Feigling. Feigling. In Sicht, Sir. Wir liegen unter schwerem Beschuss. Da, kaputt machen. Ja, Sir. Sofort. Jawoll, geht doch. Gehst du mir noch drei von dir ne? Na, komm her. Wir liegen unter schwerem Beschuss. Unterstützung benötigt. In Ordnung. Folgt mich heraus. Feigt in Sicht, Sir. Folgt ihn da. Oh, man kauft der Hände, gell? Wir verlieren eine Sichtposition. Wird's versuchen, Sir. Na, aufladen. Wir sind angegriffen. Sie sind überall. Schöne, jetzt sind wir noch zwei übrig. Zurück, zurück, zurück. Zur Hölle, ja. Und, Trottel... Warum laufen wir denn voraus? Ja, Sir, das schaffen wir. Wir haben eine Siegposition erobert. Wenn ich das mache, dann rührt sich gar nichts. Was soll man hier? Angreifen. Nee. Stopp. Nee. Bewegen. Folgen. Laden. Alles entladen. Nee. War das doch nicht so einfach, wie ich gedacht hab. In der letzten Versuchung ging es mir ungefähr genauso. Okay, ist halt ein paar Fahrzeuge hier. Zwei. Super. Echt. Feuer! Feuer! Mach's denn fertig. Ja, super. Nee. Scheiße. Das war blöd. Weiters lächeln. Ja, ich wusste es doch. Ich tue mein Bestes. Ach, Mann. Ich sage, stecke ich mal die Inventive raus. Ja, Sir. Das schaffen wir. Ja, Sir. Schießt's halt. Feind entdeckt, Sir. Sie sind überall. Wir liegen unter schwerem Beschuss. Ja, Sir. Wir sitzen fest. Ja, Sir. Das schaffen wir. Ja, Sir. Hübsche Explosion. Ja, Sir. Sofort. Ja, das ist auch ein Panzer. Ja, Sir. Jawoll. Geht da. Ja, Sir. Sofort. Ja, Sir. Das schaffen wir. Da ist ein Panzer. Ja, Sir. Wir sitzen fest. Ja, Sir. Sofort. Ja, Sir. Das schaffen wir. Ja, Sir. Ja, Sir. Das schaffen wir. Ich hab's mir jetzt mehr Fußsoldaten. Wir liegen unter schwerem Beschuss. Ja, shit. Wir haben einen. Feind in Sicht, Sir. Ja, Sir. Das schaffen wir. Habe ich nur die? Ja, alle zurück. Ja, Sir. Richtig heftig erwischt, Olle. Mann. Zwei sogar tot. Mann. Drei fuhrte die Fahrzeuge verloren. Sehr motivierend. Ok. Die schauen besser aus. Ja, Sir. Das schaffen wir. Ja, Sir. Sofort. Werden angegriffen. Ach nee. Wir haben einen. Wir sitzen fest. Sie sind überall. Ja, Sir. Jawoll. Pfui. Schon besser als vorher. Ja, Sir. Ja, Sir. Sofort. Ja, Sir. Das schaffen wir. Werden angegriffen. Werden angegriffen. Ja, Sir. Sofort. Ja, Sir. Wir sind überall. Wir sind überall. Wir sitzen fest. Hübsche Explosion. Jawoll. Gefährlich nicht. Sehr gefährlich nicht bei unseren Kampftechnikern. Muss ich sehr aufpassen, dass ich nicht verliere. Ja, Sir. Ja, Sir. Das schaffen wir. Okay. Jetzt gehen wir mal hier nach oben. Ah, da kommt schon wieder die Verstärkung. Von den Gegnern. Hm. Oder was macht hier? Der bleibt hier in der Nähe. Weißt auch, shit. Der fährt hier oben drauf auf den... auf den Kamm. Ja, Sir. Sofort. Ist ja auch verrückt, ne? Ja, Sir. Sofort. Ja, Sir. Sofort. Ja, Sir. Ja, Sir. Kriegen wir schon hin. So, hier kommt's. Ja, Sir. Wir liegen unter schwerem Beschuss. Ja, Sir. Das schaffen wir. Ja, Sir. Sofort. Ein Soldat hat sogar Abzeichen bekommen. Okay. Ähm. Ihr zwei bleibt zuerst mal hier unten, ne? Ah. Soll vielleicht doch die Kamera drehen so rüber? Ja, Sir. Ja, Sir. Das wichtigste ist ja jetzt erst mal hier oben ankommen und die Position zu verteidigen. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Das schaffen wir. Ja, Sir. Das schaffen wir. Ja, würde ich auch sagen. Behalte euch bitte. Okay. Hervorragend. Ah, ist doch jemand zu Hause. Sie sind wie... Oh, 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 oh. Oh, shit. Ähm... Ah, zwei hinterhalts. Okay. Gerade wenige Verluste. Alle hier rein. Wir liegen unter schwerem Beschuss. Ja, Sir. Das schaffen wir. Wir sitzen fest. Wir sitzen fest. Hold mich heraus. Wir liegen unter schwerem Beschuss. Wir sitzen... Nein, nicht zu stehen bleiben. Wird's versuchen, Sir. Wir sitzen unter fest. Wir liegen unter schwerem Beschuss. Bestätig. Ich greife sie mal an. Ja, Sir. Sie sind überall. Wir sind angegriffen. Okay, die Hälte noch. Wir liegen unter schwerem Beschuss. Wir haben einen... Feind eliminiert. Zerstört ihr alle? Feuer! Feuer! Wir sitzen fest. Zur Hölle, ja! Zur Hölle, ja! Feind eliminiert. Ja, ich brauche den noch. Feind eliminiert. Aber sehr gut. Es wird der repariert auf dich. Wir sind angegriffen. Wir sitzen fest. Wir sitzen fest. Wir haben einen. Wir sind fest. Wir sind angegriffen. Wir sind angegriffen. Wir sind angegriffen. Du hast noch eine Fluchtroute in der Hinterhand, oder? Ich fürchte, jetzt haben wir Ärger. Nachbar? Hier, Angelus. Wir haben unsere Pferdchen verloren. Wie steht's bei Ihnen? Die LZ ist einsatzbereit, Captain. Wie versprochen. Gut. Wir treffen uns da und fordern... Captain! Was zum Teufel fällt Ihnen eigentlich ein? Wir veranstalten hier ein verdammtes Picknick, General. Ruhe! Verdammt! Angelus! Bringen Sie Ihre Leute sofort da raus! Ich arbeite daran, General. Captain! Sie sollten das lieber überleben, denn ich werde Sie persönlich zur Verantwortung ziehen, wenn Sie zur Basis zurückkommen. Ich breche Ihnen einen Knochen für jedes Stück NSA-Ausrüstung, das Sie da draußen verlieren. Warhorst, Ende! War ein bisschen sauer, was? Ich erkläre es dir später, Alice. Alles klar, Leute? Augen offen halten, falls Feinde auftauchen. Falls Feinde auftauchen. Du Schleppung benötigt! Du Kasperl. Wir haben eine Siegposition erobert. Okay, irgendwo ist die Alice. Da ist die Alice. Geh Sie bitte da rein. Oh, nein, nein, nein. Okay, ist ja blöd, ist ja blöd, ist ja blöd. Shit. Ich muss auf jeden Fall noch kaputt machen. Ja, Sir, das schaffen wir. Zack, mit denen. Ja, Sir. Geh mal auf die. Wir sind überall. Wir liegen unter schweren Beschuss. Oh, da kommt auch später, ne? Ja, Sir, das schaffen wir. Jawohl. Wir liegen unter schweren Beschuss. Wir sitzen fest. Ja, Sir, das schaffen wir. Ja, Sir. Ja, Sir, das schaffen wir. Nein, wir sitzen fest. Wir sitzen fest. Wir sitzen fest. Wir sitzen fest. Ja, Sir, sofort. Okay, wir sagen, den machen wir noch fertig. Ich ignorier mich gerade, ist ja schön. Das gefällt mir. Ja, Sir, sofort. Hä, versteckst du dich? Okay, was machen die? Ja, Sir. Wir liegen unter schwerem Beschuss. Ja, Sir, sofort. Jawohl, bitte zurück. Schnell, 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 schnell. Ja, Sir, sofort. Puh. Ja, cool. Dann würde ich sagen, war es denn für diese Folge. Danke fürs Zuschauen. Und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Ground Control 2 Operation Exodus. Also macht es gut. Bis dann. Ciao. Ciao.